Willkommen zu einer neuen Folge God of War Trilogie, God of War 3. Beides hört sich gut an. Ja, ich sag schon mal im Voraus, es ist 2 Uhr 26 nachts und ja, es ist so spät, weil noch Kollegen, also Freunde hier waren und wir haben so ziemlich lange Powerstone 2 gespielt. Ich kann es noch nicht aufnehmen, weil, ich wollte es gerne aufnehmen, aber konnte es noch nicht, weil die Einstellung, kann ich runterfallen? Nein, weil ich jetzt mal noch ein Composal-Kabel dafür brauche, aber das werde ich mir die nächsten Tage besorgen. Ja, deshalb ist es so spät, müde bin ich auch nicht, also dachte ich mir, machen wir God of War weiter. Was haben wir hier, einen blauen Kristall, blauer Kristall war, die, wie hießen die, Neman, Zestus? Ich glaube schon. Mach das auf, Kratos. Ich frage mich, wie Kratos sich so, wieso Kratos auf einmal so sentimental fühlt. Ich weiß nicht, dass er nicht gegenüber sie geworden ist, der sieht sich doch gerade mal zum ersten Mal. Ja, aber egal. Das ist unser Kratos und ich habe irgendwie 12.000 Ops, habe ich die nie investiert oder? Wurden wir wieder ein paar Upgrades zurückgesetzt. Wie es aussieht, bleibt nur noch das hier übrig. Athenas, Invade? Das werde ich mal gleich testen. Hyperion Fury, Invade of Hercules. Mal gleich testen. Ach, jetzt habe ich ein bisschen da rein investiert. Ist ja auch egal. Wow. Sieht doch schön aus. Ach, den kennen wir ja. Uh. Ich wollte die nicht blenden, Kleine, sorry. Ja, sie weicht im Ausfall, sie versucht, sie zu schlagen. Ein gutes Feature, finde ich. Boah, fette Ops. Ja, wo bist du? Komm her. Sag bloß, er ist jetzt schon verbuggt. Achso, muss ich jetzt packen, oder wie? Dann eben so. Die müssen eigentlich hier vorne stehen, genau hier. Hier am Rand. Damit ich sie da hochwerfe. Läuft die extra zurück. So, jetzt wird es eine Art Beschützer-Mission für uns. Ich bin nicht mehr so gut hier drin. Hier kann nichts passieren. Ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Die... Äh... Ey. Hier reicht er gut aus. Ja, ich... Sack, im Moment, ihr frisst die Schimäre. Meine Lieblings... Waffe! Du bleibst hier! Ey, euer Finger weg von mir! Ich hab sie doch nun mal alle. Ihr. Ja. Jetzt werden jetzt mal alle versteinert. Komm her, gib mir dein Skull. Und... Höchstum! Oh, jetzt sind es zwei! Rein versteinert worden. Ja, sie kann nicht versteinert werden. Jetzt reicht's mir. Ja. Es galt nur zwei. Ja, da mit, her, da mit, her, da mit, her, da mit. Ja. Und sofort auf die andere losgibt. Das war das Wichtigste. Und, war's das? Sehr schön. Aber ich will das hier erstmal mitnehmen. Ja, was ist? Ah, okay, okay. Ich will erstmal hier ein bisschen rumgucken. Ich will nicht irgendeine Truhe übersehen. Aber das... Das ist jetzt nicht nur so eine Beschützer-Mission für uns. Es ist auch so Teamarbeit. Sie öffnet uns den Weg, dafür öffne ich hier den Weg. Ich bin ein bisschen eingerostet, wie es aussieht. Wow. Mist, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Ja, okay, ich weiß. Ja, ich komm schon. Wow, das war ein heftiger Jump Kratos. Ich komm schon. Komm her, Kleiner. Komm, komm her. Ja, nicht schreien. Hier, die Tür ist auf. Achso, sie ist da schon. Bye, bye. Ja, ihr hättet eigentlich mehr Zeit. Ich find das immer lustig, wenn sie so aussieht. Ihr hättet eigentlich mehr Zeit gehabt. Das Ding ist nur so schnell runtergegangen, weil... Hallo, Crash. Weil wir sich schon befreit haben. Oh, die Flammen sehen schön aus von der Waffe. Und das ist grad mal Level 4 oder Level 3? Ich glaub, Level 3. Ey, ich kann, glaub ich, noch ein Level verpassen, oder? Ja. Nein, kann ich nicht. Egal, pack ich einfach rein. Ey, ich glaub, ich kann nicht mehr rechnen. Ich hatte doch genug. Ah. Was steht da? Tartarus Rage. Und Cyclone Chaos. Gleich mal testen. Okay. Okay. Achso, sieh mal, find sie auch den Weg wieder frei. Ja, ja, sieh mal schreit. Boah, wieso schreit sie? Es ist nachts nicht rumschreien. Die Nachbarn rufen, sonst die Bullen. Oh, okay, okay, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert, aber ich hab nur so ein leicht... Eine leichte Vorahnung, wie kann man das sagen? Ey, greift das, Kratos! Jetzt zieh mir lieber mal ganz zurück. Oh, shit. Da kommt Wasser. Mach hin, Herr Kratos! Hoch mit dir! Ja, ich komm schon. Oh! Oh, ich dachte, ich falle da rein. Wie schnell er... Das schaffen wir, Kratos. Was ist denn los? Ah, hier. Rein, vor... Rein noch, rein noch. Ähm, ähm... Oh, Propeller! Oh, das war knapp. Schneller, 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 schneller. Oder warten, nie warten. Jetzt hoch, hoch, hoch. Nee, ich häng da fest. Genau in dieser Minilücke bin ich stecken geblieben. Ah, egal. So ein Shit passiert. Ah, zum Glück fangen wir nicht so weit... Nicht von so weit hinten an. Okay. Okay. Ja. Ja, ich hab's verstanden. Ja, auf ein neues. Das ist nicht sehr viel Zeit, wie es aussieht. Ja, ich geb schon mein Bestes. Platsch, das Wasser ist jetzt woanders. Okay, jetzt machen wir es aber richtig. Ja. In diesem Fall bin ich zum Glück ein Stück nach links gegangen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich drehen muss. Ich glaube, es ist die richtige. Oh nein, das Wasser ist gleich voll. Oh, da. Da kann ich die sehen. Oh, zum Glück bin ich nicht... Achso, ich konnte gar nicht laufen. Ah, die Schöne ist kaputt. Und dann noch die Klingenaufsiegerauf. Helfen, wo kommt die Truhe hier? Ah, mal weiter gucken. Oh, fast dagegen gelaufen. Ja, ich glaube, ich nehme beide Truhen mit. Aber Kratos steckt da mal wieder mal fest. Dankeschön, Kratos. Unsere journey ist far from over, Pandora. By its end, you will not be thanking me. Ich weiß, dass ich es schaufe, aber ich bin nicht ein Kind, Kratos. Ich habe gesehen viele terrible Dinge. Ich bin nicht Angst. Ich verstehe, was vor dem Fall liegt. Ich habe gesehen, dass Zeus gegründet hat meinen Vater. Ich habe gesehen, dass er mich verletzt hat, weil ich mich. Ich sollte mich behaupten, aber ich bin Angst. Hephaestus getan hat, was jeder Vater sollte machen. Schutz seine Kindheit. Nein! Es ist alles meine Schuld. Ich habe ihn verletzt, weil ich Angst. Angst ist seine eigene Kindheit. In der Angst, ich habe gehört, was Gott gesagt hat mich. Er meint ein Monster. Das Wort bedeutet nichts. Vielleicht. Aber in ihren Worten, ich hörte Angst. Angst von einem Schrauben aufgeladen. Angst von dir. Als Angst in den Gottes rief, mein Leben wurde mit Hoffnung. Hoffnung ist für die Webe, Pandora. Hoffnung ist das, was uns stark macht. Das ist, weshalb wir hier sind. Das ist, was wir mit wem kämpfen und alles andere. Das ist, was Hoffnung bringt, Char. Du solltest das lernen. Wir kommen schon ein bisschen kämpfen. Das ist doch ein bisschen langweilig, die Episode. Wir brauchen ein paar Gegner. Ein bisschen kommen wir zu den Monströsen. Oh, unsere Sirenen. Ich denke mal. Ey, jetzt reicht's mir. Komm her, du wirst sterben. Das ist alles. Der ist dicht. Nein, 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 nein. Friss das! Ah, danke. Sie hat meinen Schlag übernommen. Und weg mit ihr. Freunde dich mit Veschi Mehrladen. Oh, ich kann mich nie bewegen, das nervt mich Ja, lass die kreischen für mich, kreischen Wie es aussieht, wechseln wir die Waffen jetzt